Woher kommt diese negative Haltung des Westens Ihnen gegenüber? Von der Angst. Angst vor Ihnen? Von Russland. Mit unserem Maßstab, unseren Atomwaffen, unseren Möglichkeiten in verschiedenen anderen Gebieten. Aber das ist altes Denken. Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen so sein, wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. Ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Der Westen hat eine ultimative Forderung. Sie sollen so sein, wie der Westen. Sie sollen die Regeln des Westens gefälligst akzeptieren. Ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Ich muss so sein, wie mein Volk von mir erwartet. Das Argument der NATO ist, für den Raketenschild, er richtet sich nicht gegen Sie, sondern er richtet sich gegen den Iran. Sie haben mich zum Lachen gebracht.